Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Zunächst vielen Dank, Frau Sütterlin-Waag, für Ihre eindrucksvolle Rede. Ich fand den Ton sehr angemessen, und ich fand auch, dass Sie deutlich gemacht haben und die ganze Debatte jetzt deutlich gemacht hat, dass die Mehrheit für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ist zum Greifen nah. Ich bin jetzt der fünfte Redner in der Debatte. Es gab in der Debatte kein einziges substanzielles Argument, das gegen die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare spricht. Wenn wir mal zurückschauen, die Union hat sich bei dieser Frage mit Homosexualität traditionell immer schwergetan und hat dann doch dazugelernt. Jahrzehnte haben Sie gegen jede Reform beim § 175 bis 1969 und dann bis 1994 gegen die Streichung des § 175 gekämpft. Jetzt sind Sie froh mit uns zusammen, dass Homosexuelle in Deutschland nicht mehr kriminalisiert werden. Jahrzehnte haben Sie gegen die rechtliche Anerkennung, und zwar in jeder Form, gleichgeschlechtlicher Partnerschaften gekämpft. Jetzt ist Frau Merkel froh, dass Rot-Grün das Lebenspartnerschaftsgesetz 2001 beschlossen hatte. Damals hat sie dagegen gestimmt. Bayern, Sachsen und Thüringen, unionsallein regiert, haben Normenkontrollklage vor dem Bundesverfassungsgericht erhoben und verlor. Und ich bin sicher, wenn wir das Eheverbot für gleichgeschlechtliche Paare aufgehoben haben, werden auch viele bei Ihnen froh sein, dass die Ehe gesellschaftlich kein Auslaufmodell ist und dass sogar viele Lesben und Schwule heiraten. Und das finde ich auch gut so, und das wäre versöhnlich für die Lesben und Schwulen in diesem Land. Frau Sitterlin-Waag, Sie haben reklamiert, es bräuchte weiter Zeit und Respekt für diese Haltung und Forderung der Union. Ich bitte Sie auch, ein Stück weit zu respektieren, dass wir ein bisschen ungeduldig sind. Im Juli 1990, vor exakt 25 Jahren, hat der Bundestag zum ersten Mal sich mit einem Antrag der Grünen zur Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare auseinandergesetzt. 25 Jahre sind wirklich genug Zeit der Debatte. Genug ist genug. Wir brauchen jetzt mal Entscheidungen. Und lassen Sie uns nicht noch eine Legislatur warten. Lassen Sie uns das dieses Jahr beschließen. Und Sie haben ja gerade gesagt, wollen wir das jede Woche hier debattieren? Ich habe keinen Debattenbedarf mehr. Ich habe Entscheidungsbedarf. Aber interessant ist ja doch, von Woche zu Woche, von Debatte zu Debatte, wird die Liste der Staaten, die inzwischen die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet haben, immer, immer länger. Letzte Woche haben wir debattiert, weil das irische Volk den gleichgeschlechtlichen Paaren das Eheschließungsrecht zugestanden hat. Diese Woche ist Mexiko dazugekommen. Der oberste Gerichtshof von Mexiko hat in einem Urteil gesagt, weil der Zweck der Eheschließung nicht die Fortpflanzung ist, gibt es keinen angemessenen Grund, dass eine Eheschließung heterosexuell sein muss. Die Ehe nur zwischen einem Mann und einer Frau zuzulassen, ist nichts als Diskriminierung von Homosexuellen. Ich finde, prägnanter kann man es nicht formulieren. Und ich bin sicher, eines Tages, wenn wir nicht bald hinmachen, wird uns das das Bundesverfassungsgericht oder der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auch sagen. Und schauen Sie sich doch mal an in den Ländern, die die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet haben. Es wird ja gesagt, wer weiß, was dann alles passiert. Die Eheschließungen gehen zurück. Es werden keine Kinder mehr geboren. Und Frau Kramp-Karrenbauers Assoziation will ich hier gar nicht anführen. Was ist passiert in den letzten 14 Jahren in den Niederlanden, in den letzten zwölf Jahren in Belgien, in den letzten zehn Jahren in Spanien? Nichts Schlimmes ist passiert, außer dass ein paar schwule und lesbische Paare glücklicher sind, weil sie geheiratet haben und weil die Gesellschaft, in der sie leben, Ja zu ihnen gesagt hat. Und ich finde, das sind wir den Homosexuellen vor unserer Geschichte schuldig. In keinem Land dieser Welt oder in keinem Land in Europa wurden Homosexuelle so intensiv verfolgt wie die Homosexuellen im 20. Jahrhundert in Deutschland. Ich finde, auch vor diesem Hintergrund haben wir allen Grund zu sagen, Schwule und Lesben sind Bürger wie alle anderen auch. Sie genießen die gleichen Rechte, die gleiche Würde und die Gesellschaft zollt in den gleichen Respekt. Und das bringen wir zum Ausdruck, indem wir das Eheverbot der Gleichgeschlechtlichkeit endlich aufheben. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort Alexander Hoffmann, CDU-CSU-Fraktion.